So, hallo Feuerfreunde, jetzt endlich wieder ein VR-Spiel, nachdem mein letztes Video war ein VR-Spiel war, naja, gut. Monster Rampage VR test ich für euch, gibt es kostenlos im AppLab, Link wie immer in der Videobeschreibung und mal sehen, ob das so eine Demo ist, ich vermute mal ja, Brille auf und schauen wir, ja, Optik ist schlicht und flimmerig, so, Gunster Achievements, okay, ich habe keine Kohle, kann ich nicht upgraden, schade, so, Sound Selection, dann haben wir Perk Shop, Toxic Haze, Monster Rampage VR, okay, Rapid Fire hört sich gut an, okay, da befassen wir uns mal mit, wenn wir ein bisschen Kohle haben, dann würde ich sagen, fangen wir einfach hier mal mit dem ersten an, so, Move, Camera Return, Reload, Oculus Menu, Game Menu, da gucken wir jetzt gleich erstmal rein, ins Game Menu, so, Surrender Settings, da muss man gedrückt halten, OK, so, okay, Paper Shark Laughing, Master Volume, ja, geht, Musik, Weapons Monster, Player Heat,했ive hasennes, drlll- brother, das wars, man kann keine Bewegung nix einstellen, bezist ein Surrender, ok, Dame over, ok, Da hab werden ja an angefangen die sagts schon game over so okay die hände sehen gut aus die waffen sind auch schlecht aber die sind okay bist du für einer wo kommt ihr denn hier hallo aber hier stimmt und dort mit der höhe nicht würde ich mal sagen oder ist das normal dass ich so riesig bin moment 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 war da stimmt was nicht so also settings das sieht schon besser aus ja ich mache mich mal ganz klein okay so ist das hier man hat also nur snap turn das ist wieder ein bisschen blöd so wie leute ich denn nach snap turn ist aber ätzend wie viele hallo da weil das war schon war das geht aber schnell leute äh has a wrong person to kill a random creature nearby nutze sie findet das system ist für every second der kombinium das macht ich bin überall war snap turn ich hasse snap turn okay okay wir nehmen wir maximale heilung die laden von alleine nach ich hasse snap turn habe ich jetzt schon mal erwähnt ok die deutsche monster text ich nehme das hier was ist jetzt schon wieder keine ahnung was das jetzt war ich habe das funktioniert noch nicht mal richtig hier ja ich versuche mich zu drehen geht gar nicht ich habe doch sowieso probleme mit meinem stick hier ich mache mal das wäre doch gar nicht weniger hier halt das schade das schade nämlich schon immer das ist jetzt ist weiter doch ich bin wieder fast tot ich muss jetzt mal ein paar mal sagen auch okay komm ich habe es wird ja aber das war's game over ja also wenn der dinge nicht snap dann hätte er dazu das ist sogar ziemlich cool muss ich sagen ah mir fehlt's required achievement kill the red demon da war bestimmt das fluggedöns da war ja also der snapdown ist ein bisschen blöd eingestellt muss ich sagen ich könnte mich auch im real life drehen das finde ich da noch richtig stehe das ist das ist ich weiß nicht warum das nicht funktioniert was das denn hier bedarfs ich nehme mal das hier jetzt kommt die schon wieder und schwarz Nein, schick fest! Weg hier, weg hier! Verdammt, ich hab was abgekriegt. Oh, da war eine andere Waffe. So, da kommt man näher. Yeah! Ich will diese Waffe haben. Yeah! Aber ich weiß nicht, wie soll ich die denn auswählen? Wie geht das? Take the weapon in your left hand. Wie denn? Was denn? Wo denn? Ach, Moment mal. Toll. Tja. Das ist mir ein bisschen zu hektisch, muss ich sagen. So. Die hat aber noch einen Schuss. Tschüssi. Boah, schmeckt das wildste denn an meinen Beinen? Boah. So, was haben wir hier? Oh. 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 Oh, hier. Oh. Oh, ich hab das Ding verfehlt. Scheiße. Ich weiß nicht, was das jetzt mal ist. Schottie? Das ist nicht mal Schottie. Was immer Schottie ist, ist das halt selber. Die spawnen aber auch direkt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich hier stehe, Leute. Boah, da sind wir fest. Das ist bestimmt. Ich hoffe, der gute Dämon, den ich killen musste. Geh weg. Jetzt geht es wieder nach Kötter. Bam, 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 bam. Geh weg. Ah, wo ist Hundi? Das habe ich noch. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch im Bild bin. Geh weg. Oh, ich nehme mal Heilung. Diese Kötter. Oh, die werden ja immer größer hier. Oh, was geht denn da jetzt für einer? Oh, Leute. Was habe ich euch denn getan? So, wie sieht es denn aus? Ja, ich mache mal das hier. Oh, das ist. krass ja ach du scheiße ja ich brauche ganz dringend heilung brauche ich alter so kurz vorher ich stehe hier ach du schande ok den hätte ich besiegen müssen dann hätte ich das nächste level freigeschaltet ja leute ich glaube mehr brauche ich gar nicht zu zeigen bevor ich mir noch einen abbooste verstehe ich so stehe ich das gut ja leute also macht schon ein bisschen spaß ist ziemlich hektisch mit dem snap turn das ist blöd also wäre besser wenn ihr euch dann selber dreht geht schneller denkt daran dass ihr genug platz habt aber für umsonst so für zwischendurch ja kann man empfehlen ja dann sage ich bis hierhin dankeschön und wir sehen uns beim nächsten video